Die dreimal befristete Arbeitsmarktrente läuft aus. Bekomme ich jetzt die Rente auf Dauer gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Nein, Sie werden Ihre Arbeitsmarktrente weiterhin befristet gezahlt bekommen. EM-Renten sollen grundsätzlich nur befristet geleistet werden. Nur wenn klar ist, dass die Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen auf Dauer vorliegt und nicht mehr behoben werden kann, soll oder wird die Rente unbefristet auf Dauer geleistet. § 102 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6 sagt uns sinngemäß, dass Renten wegen Erwerbsminderung maximal dreimal hintereinander befristet werden können. Dies gilt aber nur für Renten wegen Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen. Wird aber eine volle EM-Rente nur aufgrund des verschlossenen Arbeitsmarktes geleistet? Also, der Versicherte kann bei bestätigter teilweise Erwerbsminderung auf dem ersten Arbeitsmarkt kein Teilzeitjob zugewiesen bekommen, so kann diese Rente immer wieder befristet werden. Drei und mehr Befristung sind dann keine Ausnahme. Das Entfristungsgebot des § 102 SGB VI gilt nur für EM-Renten aus medizinischen Gründen. Damit ist klar, dass eine Arbeitsmarktrente mehr als dreimal befristet werden kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel